Hey Leute und ein ganz herzliches Willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es den zweiten Teil meiner Championatserie. Im Moment ist noch kein Mensch hier. Lasst gerne ein Like und ein kostenloses Abo da und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Leute, die Gruppen werden einfach gleich eingeteilt. Ja, jetzt werden sie eingeteilt. Wir sind nur zu dritt. Ich bin das Championat noch nie geritten. Ich muss auf Platz 2 oder 1 sein. Diese Isabelle gewinnt zu 100%. Aber es wundert mich, dass Sarah nicht vor mir ist. Oh, eine Vogelscheuche. Ah! Leute, ich bin gerade echt sprachlos. Wir sind nur zu dritt in einer Championatsgruppe. Sarah ist ausgeschieden. Wow! Okay, die sind Ziel. Leute, ich werde Zweite. Oh mein Gott! Oh, das ist Ziel! Okay, Leute, dann war es das jetzt mit dem Video. Ich bin so überwältigt. Ich muss nichts verkaufen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und lasst gerne ein Like und ein kostenloses Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss! Tinians 1